Hallo und Willkommen zum heutigen LS15 mit dem Stefan, dem Max und dem Asphalt. Hallo! Hallo! So! Na? Na? Alles klar? Da passt jetzt gleich sogar noch ein paar Kürze dazwischen. Reicht doch auch, oder? Ja, so muss man fahren. Ja, klar! Effektivität nennt man sowas. Effektivität auf dem Feld. Ja, wenn du uns nicht mal blockieren würdest, dann wäre das alles kein Problem. Hallo, ich komme nicht rum. Der ist nicht dein Max nicht. Ne, der ist nicht dein dir. Weil ich Max nicht rumschieben kann. Ja doch, weil ich Max nicht rumschieben konnte. Ich sah's eh verkackt. Wir sind ein eingespieltes Team. Genau. Bis jetzt wegen dem... Wegen den fünf Körnern nochmal nehmlich gefangen. Ja, klar. Leil. Mal so arbeiten. Ja, effektives Arbeiten muss ich sagen. Ich mach das Feld. Wenn wir starten, dann wird es nicht mehr zu schieben. Kannst mir gerne dabei zuschauen. Kannst mir gerne dabei zuschauen. Nö, genau. Kannst mir gerne dabei zuschauen. Oh, ich kann schon nicht mehr denken. Oh, jetzt. Dauert nur ein bisschen. Oh, da liegt der ein Schild auf. Jawoll, so stehst du gut drauf. Oh, ja. Ja, ich muss sagen, so stehst du echt gut. Wir sind jetzt bei 28 Prozent. Boah, echt? Wie viel ist es insgesamt? Gott. Da kommt wieder auf ganz keinen Ansatz. So. Oh. Vor allem fällt dir was auf? Da rukelt nix. Nein. Ultimate sag ich dazu bloß, Junge. 173.000. Mhm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Würde mich mal interessieren, jetzt aus den anderen, die wir vorher getrackt haben, ob das genauso wäre. Keine Ahnung. Weil der war ja ungefähr ab 12 Prozent ja Schluss schon gewesen. Ui. Hat der geruckelt ja wie Sau. Keine Ahnung. Aber so macht natürlich wieder die BGA wieder mal richtig Spaß. Guck mal, Max. Der ist besoffen. Der fährt uns vorbei. Haha. Der findet uns nicht. Ja, der hat uns nicht gesehen. Ich hab's getan. Alter, du schaust aus wie Drecksau, ey. Du bist voll dreckig. Okay. Und das obwohl du bloß hin und her fährst, ey. Solltest du vielleicht öfters mal auf der Straße fahren, dann wirst du nicht so schmutzig. Haha. Also echt. Guck mal, mein Henning, ob du das gar nicht direkt gehst. Ja, du hängst ja auch drauf. Mökel, ja. Aber wir machen erstmal leer. Dann kann nämlich rein theoretisch Max jetzt runter springen, oder? Springen. Ich komm nicht weg. Ich hab noch 2%. Das geht gar nicht. Was? Das ist kaputt genug. Kann er sich abladen. Ach, jetzt. Ach. 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 Nehmen wir den Rest nicht da rein. Ich bin jetzt gar nicht dabei. 75 Prozent. Du hast dich schon aufgestellt. Wie eingehakt. Ich muss auch echt sagen, die Arbeitsmethod ist echt effektiv, ne? Ich hab' da auch ne Ausschlag gemacht. Ich hab' hier auch ne Ausschlag gemacht. Es wird doch auch ne Ausschlag gemacht. Es wird da auch ne Ausschlag gemacht. Tatsächlich, Alter, es geht nicht alles rein. Respekt, da haben wir echt viel rausgegangen aus dem Feld. Da ist viel rausgegangen an Material. Warst du schon wieder full? Alter. So, wie sieht's aus? Das Feld ist fertig. Das Feld ist riesengroß. Na und? Du hast auch riesengroße Maschinen. Ja. Du hast genauso eine Arbeitsbreite wie ich. Der fängt jetzt an zu spritzen. Schäme nicht. Was mache ich? Zu spritzen. Kurve gemeistert. Ja, ne? Ich spritze, musst du selber mit dir. Also jetzt zum Ende des Feldes haben wir das voll drauf. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken. Weil die warten auf dem großen Feld nachher. Da kann ich dann AFK gehen in der Zeit, wo wir dann eine Spur fahren. Ja, ich würde dann eh sagen, dass wir dann mal noch eine zweite Ding besorgen. Eine zweite Gruppe und eine zweite Seher. Längs, um. Oh, ich bin ausgeste... Nicht aussteigen. 34%. Warte mal, wir haben ja noch. Ein bisschen haben wir ja noch. Jetzt brauchst du nicht mehr aufsteigen jetzt. Ja, ja. Machen wir kurz was machen. Machen wir kurz aus, dann können wir wegen Ställe fahren. Komm. Der Helfer, der ist echt... Doof. Ja. Ui. Oh. Der treht mitten auf dem Feld und fährt in die andere Richtung. Der Helfer hat irgendein Problem, der hält jedes Mal an. Achso. Die Spritze, ja. Ja, die Spritze, das ist klar. Die will ich selber machen, aber der ist gegen den Baum gefahren. Der muss mich nicht wundern. Wollen wir kurz was machen? Zuklappen. Habe ich gerade angelangt. Rohr einfahren. So, Döner, wo ist da? Was, Döner? Ey. Döner. Döner macht's schöner. Das brauchen wir nicht. Wenn ihr's da? Junge, warum ist das? Ja, du musst doch weiter zurückfahren. Weiter zurück. Näher ran. Ne, nicht näher ran, du musst doch nur weiter zurück. Schafft der es oder schafft der es nicht. Ja, das verpackt mich wieder. Oh, jetzt. Hätte ich nicht gemacht, Wachs. Ich hätte ihn weiter rangieren lassen. Ja, Max ist auch so ein Punkt, wie ein ETS. Hallo? So. Okay, Gerät abstellen. So. Das waren jetzt nochmal 24%. Alter. So. Das kleine Stück, überleg mal. Ja, weil es halt gedüngt worden ist. Die sind alle in eine Richtung rasen. Oh, vollkommen! 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 auch in der Welt ja alles rum und bald haben wir die ganze Karte vor nix die Wörter der 3 1 die Lose 1 wie soll das Gruppergerät hier noch nicht im Einsatz du stehst falsch du bist auf Feld 23 ja aber ich habe es gerade gesehen dass das Gruppergerät hier noch im Einsatz ist äh noch nicht nicht im Einsatz meine ich da musst du parken Prozent Sennheiser keine Lust zu arbeiten die Bühne es wird aus auch auch mit der Hälfte es sind sie wollen sie dieses Wort jetzt keiner mehr es war so aus der Witz und sagt keiner mehr was wir müssen schweigen älter er wird hier ist hier steht alles um alle effektiv arbeiten verstehst du auch nicht macht die Helfer nicht weiter der Helfer behindert bleibt mitten auf dem Feld stehen das sind Polacke, die Polacken bleiben mitten auf dem Feld stehen was ist das Ding? nein, Spaß Helfer wirst du bald entlassen, wenn du so weitermachst echt wahr dann kommt Flo und du drescht dich so noch weg tschau dir meine so, dann guck mal an, mal zu verdichten dann bockst du hinein ich laufe dicht mal, Junge Boxen uiiiiiiii so senken, weiter geht's zack und voll jas was war das denn jetzt? was ist was? was ist was? im Hintergrund bei dir äh, der Fernseher hab ich gar nicht gehört hab ich gar nicht gehört, weil ich das, weil ich die, weil ich die, weil ich die, weil ich die, weil ich die Geräusche vom, vom, vom Spiel habe hab ich gerade gehört ich hab auch schon alles mögliche an Feldern gekauft, die kein Mensch braucht, oder? ich bin auch schön ich bin auch schön, dass du damit an bald ist die ganze Karte nur ein Feld ich steppe da h yesterday he mercury oh we die Wette das ist voll wenn man da stehen ja die macht so ein bisschen krach aber ist egal die Wette Prozent das ist für den Silo das ist jetzt überhaupt warum jetzt die warte mal ich tu dir mal helfen doch UDI DU DI ach oh 68 Prozent hallo Oh, ich versinke in der Silage. Versuch zu parken? Ja, ich habe geparkt. Ganz stylisch ausgeparkt. Warte. Ui. Am Spiegel umgekippt. Das verdichten dauert aber ganz schon lange, alter Schwede. Ja, umso mehr drin ist, umso langer Flog das Richten. Aua. Warte, ich mache mir jetzt mal den Krach aus. Und jetzt. Ja, ja, ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, oh. 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 Buddy? Ja. Oh, warte. Ich bin nur untergefallen. Was kannst du eigentlich? Oh. Oh. Hallo. Ich habe mal die blöde Feuerwehranlage. Ich würde mal so interessieren, wie das in echt ist. Mit den Prozessen. Ich habe bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ne. 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 Aber halt so eine Feuerwehranlage. Kann doch gar nichts. Ja, also nicht. Da sind eine Feuerwehranlage drin liegen. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ne, aber halt so das vergessen. Und so weiter. Die bestimmt nicht gelassen. Also die Feuerwehranlage zu ein bisschen. Ja. Ja. Die müssen das alles verdichten. Bitte mal. Schau mir, wie du die Feuerwehranlage wieder rausbringst, Alter. Wenn du dich wieder reinlegst. Warte. 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 Sonnenblatt ich will ich hätte das schon gerne gut Oh, oh. Warte. Leider hat der Schwung gar nicht gereicht. Oh, jetzt. Oh, yeah. Oh. Oh. Perfekt geparkt. So. Oh. Oh. Oh, die nervt schon ein bisschen. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Die nervt schon ein bisschen dahin. So. Du kletterst einfach über mich drüber. Was machst du hier eigentlich? Wieso stehen denn da ganze Fahrzeuge hier rum, Alter? Ich habe keinen Einsatz hierher gebracht. Weil wir die alle brauchen. Das C-Gerät steht hier rum und macht nix. Echt mal, Frau Schuss. Ja, alle Geräte nur rum und machen nix. Sollte er eigentlich was machen? Na, eigentlich nicht. Zumindest macht er nix. Oh, hier hat er schon gemacht, soll. Du hast ihn zu schräg gestellt. Der hat hinten ein V reingemacht und ist dann auf der falschen Seite weitergefahren. Echt jetzt? Mhm. Das kannst du angeführt. Alles was kannst du machen. Das sind die typischen Anfängerfehler. Ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist eine gute Ausbildung. Ey, sag mal, gibt es eigentlich auch ein größeres C-Gerät für Mais? Ja. Mit neun Meter Arbeitsplätze. Sämaschine. Sämaschine. Ganz hinter... Was kostet der? 98.000. Oh. Ja. Können wir uns grad nicht leisten. Ja, noch nicht. Das ist irgendwann... Ansonsten wäre ich dafür, dieses Gerät anzuschaffen. Lol. Einmal kurz zum Händler mir Ding da, bla bla. Und schon ist es hell. Ich hab' auch Zeit vorgestellt. Es ist grad 6 Uhr. Ja, 6. Ja, 6. Ja, 6 Uhr. Da haben wir auch noch Leute gezuckt, ne, Max? Ich seh' ja auch krank. 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 Was denn, wenn wir danach noch ein bisschen weitergezuckt werden? Die haben wir gegnern gehabt. Die gingen ja gar nicht. Ja, ich bin... Hab' mich auch gelevelt, also... Level 3. Was ist denn jetzt eigentlich? 3. 3. 3. 3. 3. Das ist effektiv. Ich hab... Wie gefällt dir das Spiel so? Es ist schon lustig, also. Also ich wurde schon oft... Also ich hab' bis jetzt das erste... Es ist schon lustig. Ich werde immer als Noob beschimpft. Ja, ich kann mich nicht damit schimpfen. Ja, jeder unterhält sich mit mir und schreit Noob. Nein, das ist nicht. Nein. Ich hab' plötzlich mal einen Kill gemacht, haben sie gleich geschrieben Hacks. Nein, ich hab' schon, ich bin gut. Nein, ich hab' schon, ich bin gut. Da waren gestern so zwei Deutsche, glaube ich, gewesen. Nein. Die haben, die haben Dornen erkannt, angeblich. Eigentlich gibt's so Black Ops-Style Videos und so weiter, obwohl drunter kein Black Ops erzeugt. Hatte gesagt, dass er voll den Loob wär und so weiter und selbst verloren, nix geschissen gekriegt hat. Ne Gott, die haben fast ganz schön fast gemacht. Und ich auch noch. Max hat noch ziemlich was gerissen. Oh, also. Sag' ich jetzt mal? Ne, das, das, das Dornen nix reißt, das weiß ich. Das ist nötig. Das ist nötig. Ohohoho. Wir haben halt immer Pink-Vorteile, ne? Aber, aber dieser Pink-Vorteile sind ja erst weiter in der nächsten Folge. Nein. Echt jetzt? Ja, echt. Ja. Ja. Überderbe, ne? Ja, voll, alter Schwede. Stopp. Werbung. Nur bei mir. Du bist das. Das ist nur. Ich hab zwei Videos und eins ist da voll lustig. Ja, eins, eins davon mach ich saltos. Mit nem Radlader. Ja. Da ging's noch. Mir egal. Tschüss. 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 Tschüss.